Guten Tag, hier ist Burkhardt vom Hof vor dem Plakat und heute ist ja mehr oder weniger Kampagnenstart. Auch der freundliche Herr vom Mannheimer Morgen war schon da, hat mich intensiv befragt und es hieß am Dienstag, ich soll mir da wohl etwas erscheinen, würde mich sehr freuen. Wie ihr seht, habe ich hier auch noch einige Dinge hinzugestellt, wobei ich natürlich nicht die Ausfahrt versperren wollte. Aber wenn ein Auto bekommen wäre, wäre ich natürlich schnell wieder gesichert. Ich habe hier einige von den Flyern mitgebracht, nicht alle, aber eine ganze Menge. Und hier nochmal mein Notenständer mit Pullover. Und auch die Steampunk Festarzt-Maske. Und eine meiner ersten Masken. Ich schütze nicht. Und auch hier kann man sich Flyer nehmen. Ich habe noch kurzfristig hinzugefügt, eine kleine Solidaritätserklärung für die Pfarrerin Ilka Sobotke. Ihr könnt das gerne mal hier nachlesen. Das kam gestern und heute in den Medien, dass da also jemand übel beschimpft wurde. in Bezug auf die Tatsache, dass man für das Impfen ist. Das habe ich jetzt hier einfach nochmal dazu gemacht. Und möchte das hier mal dokumentieren. Ich lasse das auch hängen, das passt zum Thema. Und ich hoffe, hier Sinnvolles zu tun und den einen oder die anderen zum Nachdenken zu bringen, ob eine Impfung nicht richtig und wichtig wäre. Zum eigenen Schutz, zum Schutz der Freunde, zum Schutz der Familie und auch zum Schutz von Menschen, die aus medizinischen Fronten wirklich nicht geimpft werden können. Denkt auch an eure Mitmenschen. Rühe. Die gute Lüe. Einmal an. Jeder. Geschicht. Untertitelung des ZDF, 2020